Vergiss das nicht. Das ist das Wichtigste. Auf dieser Welt nur dieser Zitat hat Macht. Andere Zitaten sind freier von. Nur dieser Zitat hat Macht auf dieser Welt. Aber wir sind Kürtiba. Wir sind der beste Spruch. Stimmt oder nicht? Hast du mischt? Es gibt nur eins. Man hört dich nicht. Weißt du mich? Ja, jetzt. Was gibt es euch so, seit gestern? Nichts, ja? Bisschen chillen. Jeder wartet auf sich. Wo warst du? Ich bin gerade in Hamza mit der Familie unterwegs. Viele haben gesagt, du wurdest gepackt und so. Stimmt das? Habibi, ich bin Kürtiba. Wer traut sich? Man weiß nie, ja? Ich hab keine Daten mehr. Sag diese Worte. Das muss ich nie. Guck mal, das wird öfter gemacht. Ja, ja. Allah kabulatis. Bismillah. Allah. Wie du hab' ich noch gesehen. Allah kabulatis. Komm lass mal eine Dau für dich machen. Lass mal eine Dau für dich machen. Warum habe ich das Gefühl gehabt, dass ich mich vormache? Allah soll dich und deine Familie schützen. Allah soll dir alles geben von Bela, Frau Kher, Frau Scher. Sag amin. Allah soll dich und diese Freunde von dir erzählen. Was meinst du? Ibu Abi. Ja. Mittlerweile, du und ich, sind gut, ne? Gestern, Abu Hamza, Abu Tang hat mich richtig beleidigt, echt nicht mehr mit mir befreundet. Kannst du eine Ansage machen? Ich bin morgen in Berlin, machte meinen Kopf. Wollah, du packst ihn? Sag, wollah, du packst ihn. Ich pack den. Und ab jetzt, Kurt Ibo ist in Berlin. Ja. Wollah, ist komisch, die Amsterdam. Komische Straße. Guck mal, keiner... Wo bist du? Wo bist du? Wo? Amsterdam? Ja. Wow. Wollah. Ich werde jetzt nur unterwegs sein, nicht mehr in Deutschland. Wollah. Wollah. Hamza oder Arrogante? Sag mal ehrlich. Hamza oder Arrogante? Hahaha. Ich, guck mal, sag doch mal, danke, dass ich euch annehme. Dass ich mit euch rede. Stimmt doch noch nicht, sag mal. Jungs, natürlich, du bist für uns alle da, Wallah. Ja. Ja. Wollah, wollah, wollah. Tavo. Ey, wach. Ja. Ja. Meine Hakan-Brah ist da. Hakan, ich wollte, ich küss dein Herz. Ehre, Mann. Danke an Ihnen, Leute. Stimmt, danke, ohne danke. Jani, ich küss dein Herz. Jibo! Ja. Was ist mit dir und mit der Arrogante, Patte? Ich versuche, das zu klären jetzt mit den Leuten alle. Hm? Was willst du mit? Arrogante Patte hat gestern gesagt, an dem Tag hast du eine Kletze gesagt. Ach, kann ich küss dein Herz. Bitte. Du hast eine Kletze bekommen, hast du Arrogante Patte gesagt. Von wem? Von den Jungs an dem Tag saubt. Olle, guck, 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 du mal Kürtübo, Mann. Seht so aus, Kürtübo krieg ich Kletchen. Niemals. 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 Seht so aus, als Kürtübo krieg ich Kletchen. Niemals. Ach, was soll ich dir sagen. Hier, das ist Dings. Ja, ich komm. Das ist hier. Aber hallo, das ist holländische Sonnenbank. Hallo. Was ist das? Das ist krass. Was? Hey, hier ist alles offen, ja? Die ganze Benke. Geh, geh rein, geh rein. Braunberg. Einfach reingehen, ja? So, wa? Wallah, krass. Guck mal. In Holland ist das so, alles frei. Alles in den Namen. Ist das normal? Krass. In Deutschland ist auch so. Ja, Mann jetzt. Bei Haiwan. In Deutschland ist es ein bisschen vergrößert. In Deutschland ist es genau aufs Gleiche. Genau nebeneinander. Hey, parallel. Hey, Ibo. Ja. Wallah, Bila. Ich bin krass, dass es noch Leute gibt. Ich bin krass, dass es noch Leute gibt. Von Männern, die noch leben, ja? Weil eigentlich, man sagt immer, Männer sind unter Erse. Ciao. Ja, da. Da ist es noch Hello?